Oh, oh genau. Da bin ich tot. Ja, oder... Ja, 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 oh, oh. Oh ja, easy game! Noch nie so was einfaches gehabt. Das ist ja komplett free, das Game. Das ist ja komplett free! Ah, ich hab noch nie ein einfaches Spiel in meinem Leben gehabt. Rengar? Rengar? Er trollt natürlich auch erstmal rein. Ah, aua. What? What? Hä? Ey, sie stand grad einfach nur da. Ich wusste legit nicht mal, dass sie im GA ist, bis sie... What the fuck? Sie stand grad einfach auf der Stelle. Es war keine GA-Animation, da gar nichts. Was war das denn? I'm so sick of this fucking company. The trash! Warte, so, hier. Bedieter ist der. Ja, genau, hier. Na, ich mach was. Was ist weiß und fliegt durch die Luft? Was ist weiß und fliegt durch die Luft? Sperma. Äh, warte, was? Bine Mario. Weißt du? Bine, Mayonnaise. Bine, Mayo. We don't all have equal opportunity. But we all have the opportunity to be better than we currently are. Das stimmt. Absolut richtig. To dodge this game. Denkt sich auch der Client. We all have the opportunity to be better than this League of Legends Client. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Hallo? Was? Ich? Ich bin doch nicht gedodged. Hä? Hä? Ey. Ich hab doch eigentlich. Hä? Ich hab doch eigentlich. Okay. Das war witzig. Nice meme, right? Nichts kann mich aufhalten. Die Zeit ist nicht aus, Sources. Ich bin bereit. Ich muss mich nochmal umnennen. Das ist der Return. Der Return von Lola Rodriguez, meine Freunde. Und er wird die Leather climben. Seid ihr ready? Bekunde. Das ist noch nicht alles. Ich bin wieder da. Time to climb, meine Freunde. Time to fucking climb. Der Liefermann denkt sich auch gleich so ein. Ich verstehe auch nicht, warum der nicht für Rally gesteht geht. Das ist auch ein kompletter Troll von ihm. Ja, ich muss base. Oh Mann, ey. Oh ne Scheiße. Okay. Das sind halt Blitzcrank Lanes in den Nutsch. Das ist so dumm. Oh. Ziehen halt der mir nur noch CS. Na, das sind halt Blitzcrank Lanes, ne? Bin trotzdem Diveable hier. Bin ich das? Ich hab hier. Der Trollt ja komplett durch. What the fuck? Hä? Was hat denn Herzlichkeit gedacht? Hm. Oh, nö. Alter, da kann ich absolut gar nichts machen. Holy shit. Ich bleib noch eine Wave. Was? Ich hab noch nicht getroffen. Was? Mit welchem Ball hat sie mich da gerade gesandt? Sie hat ihren Ball... Hä? Sie hat ihren Q hier hingeschmissen. Ich steh hier. Ich werd gesandt. Why? Geil. Schön. Aber Viertel hat keine Ult. Androx ist in der Mitte. Wille Spot. Sind das Miss. Sind das auch Ball. Können wir für T2 gehen, ne? Androx hat, glaub ich, keine Ult. Ah, schön. Kasadin macht Kasadin Sachen. Man kennt ihn. Aber er trollt doch schon wieder. Wie sollen wir dir da helfen, Bruder? Warum? 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 Ach, Mann. Ich sterb jetzt hier wieder. Natürlich sterb ich nicht, weil ich der beste Spieler bin. Und ich bin tot. Ich bin tot. Nice. Schön. Geht doch. Wir haben Kasix, Riven, Kasadin, Tristana. Blitzcrank. Der Tridge kann nicht überleben. Geht doch. War zwar auch nicht clean, aber gewonnen ist gewonnen. Alter. Also, meine Lieben. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt von morgen bis Montag erstmal in der Schweiz. Dann gibt's nächste Woche, Freitag, Samstag, das Boost Camp mit Spin. Ich versuche zwischen Montag und Freitag noch einmal zu streamen. Wahrscheinlich entweder direkt Montagabend. Oder vielleicht Dienstagabend. Also, macht's gut. Nee, macht's besser. Haut rein. Und viel Spaß im Ranked, würde Maxime jetzt sagen. Aber Spaß und Ranked wissen wir halt hiermit nicht. Ein V-Hawks ist der Beste. Ich weiß immer nicht, wenn ich jetzt schon auf Stream stoppen drücke, hört ihr dann noch das Ende? Oder muss ich jetzt quasi weiterlaufen lassen? Ich weiß es legit nicht. Ich lasse immer zur Sicherheit weiterlaufen, damit ihr auch wirklich das Ende hört. Aber jetzt habe ich so viel geredet, dass ihr wahrscheinlich das Ende inzwischen gehört haben solltet. Also, bin ich jetzt wirklich raus. Also, tschüss, wenn ihr das noch hört. Ich muss lesen. Oh!